Schauen wir mal. Allerdings, ja doch, sie hat gut Blut verloren. Ich glaube, allzu weit wird sie nicht mehr kommen. Aber sie scheint unterwegs noch ein bisschen Spaß zu haben. Okay, hat sie die hier alle umgebracht? Warum denn? Die kann doch einfach durchrennen. Die tun der doch nix. Das finde ich immer so unlogisch, warum die Leute dann alles mit umbringen müssen, wenn sie flüchten. Okay, dann ist sie da lang gleich, wenn man der Blutspur glauben darf. So, den Partikelstrahler habe ich dabei, den werde ich bestimmt gleich auspacken, denke ich mal. Ansonsten ist ja nix mehr, okay. Gut, dann auf nach draußen, auf zum Gefecht gegen die Spectre-Tante. Denn auch wenn sie angeschlagen ist, ich glaube, sie ist noch nicht erledigt. Was hier? Es ist vorbei. Hey, hey du. Komm, du. Wie heißt sie? Mariana. Mariana, du willst doch leben, oder? Sag diesen Leuten, dass du leben willst. Bitte? Wir holen sie unverletzt hier raus, Mariana. Freut mich zu hören. Sie hätten nur weggehen müssen. Jetzt wird's hässlich. Bitte. Ich habe einen Sohn. Einen Sohn? Hoffentlich sieht er dich wieder. Eltern zu verlieren soll für Kinder ja ziemlich schlimm sein. Narben für das ganze Leben. Ich werde sie erledigen, Vasir. Schon okay, Liara. Wir kriegen das hin. So wie immer. Sollen Mariannas kleiner Junge ohne Mami aufwachsen, Shepard? Thermomagazine auf den Boden. Sofort. Energiezellen auch. Ist das alles? Was? Was hier? Ich habe hunderte von Menschenleben geopfert, um die Destiny Ascension zu retten. Ich habe die Rachni auf die Galaxie losgelassen. Sie werden doch nicht ernsthaft ihren Fluchtplan daran aufhängen, dass ich zögere, eine Geisel zu erschießen. Sie belöpfen. Jetzt, Liara. Na gut, los geht's. Kannst du bitte irgendwo in die Deckung gehen? Danke schön. Alter, ist zu schnell. Äh, Liara, kannst du mal Singularität auf die annehmen, damit die mal still hält? Nee, irgendwie nicht so. Okay, aber wir kriegen sie schon. Das wird schon. Mir muss bloß immer mal jemand sagen, wo sie gerade ist. Das kriege ich nicht immer mit. Meine Güte. Die ist aber auch hyperaktiv, oder? Wo ist sie? Hallo? Wo stehe ich denn hin? Ähm, oh. Na sowas. Gut, wenn jetzt erstmal die Techniker kommen, sollte ich vielleicht wieder auf die Matterhawk wechseln. Wo ist sie denn hin? Wo ist sie denn hin? Gut. Die werden erstmal platt, die Frage ist trotzdem. Ah. Alles klar. So, einmal Singularität, einmal die Betäubungsschutz. Ah, das wird schrecklich. Es gibt nicht viel nervigeres als eine biotische Spastikerin, sag ich mal. Nee, äh, als jemanden, der unglaublich, äh, hyperaktiv biotisch agiert. Jetzt könnten wir doch mal ein bisschen reinhauen hier, oder? Partikelstrahler. So, was? Warte mal, wo ist sie denn? Oh, jetzt verzieht die sich wieder. Ist doch schrecklich. Wieder zurück auf die Matterhawk. Und dann kümmern wir uns mal kurz um die Kleinen hier. Gut. Ah, kein Problem, kriegen wir schon hin. Komm, den haben wir um. Okay, ihr kümmern euch drum. Ich hoffe, dann taucht sie gleich wieder auf. Ja, dann bleib doch auch mal bitte da, du feiges Stück. So. Können wir dann jetzt. Nehmen wir mal ein bisschen drauf einfach. Komm, schau. Miststück. So, mir geht bloß langsam die Muni für den Kollektorenstrahler aus. Auch wenn ihre Panzerung schon ganz gut... Hallo, ich bin noch in Deckung gewesen. Schon ganz gute Mitleidenschaft gezogen wurde. So. Geht diese Insularität immer noch nicht. Okay. Aber der Warp haut auch ganz gut rein, stelle ich fest. Jetzt. Jetzt. Na, wie schmeckt dir das so? Stirb. Oh, verdammt, verdammt! Sekats privates Datenpad. Damit können wir den Shadow Broker finden. Sie sind tot! Der Shadow Broker ist seit Jahrzehnten an der Macht. Er ist stärker als alles, was ihm je begegnet ist. Haben Sie deswegen den Rat verkauft, um für ihn zu arbeiten? Sie glauben, ich hätte den Rat hintergangen? So wie Saren? Zur Hölle mit ihnen. Der Broker hat mir all die Jahre ausgezeichnete Informationen gegeben. Ich habe damit Leben gerettet und die Citadel sicher gemacht. Und wenn der Broker will, dass ein paar Leute verschwinden, bezahle ich diesen Preis ohne zu zögern. Specters sprengen keine Gebäude voller Unschuldiger in die Luft. Aber natürlich. Wir machen uns die Hände schmutzig, damit es der Rat nicht tun muss. Die Ratsmitglieder beschweren sich über unsere Methoden, um ihr Gewissen zu beruhigen. Aber sie sehen nicht genau hin. Außerdem gehören sie zu Cerberus. Haben Sie eine Ahnung, was Ihre Terroristenfreunde schon alles getan haben? Ich weiß, wer sie sind und was sie getan haben. Es ist nicht wichtig. Ich glaube schon. Sie wollen mich verurteilen? Sehen Sie in den Spiegel. Kinder in biotische Todeslager entführen. Verdammt, Ihre eigene Einheit auf Akkuse. Und Sie gehören zu Ihnen. Wagen Sie es nicht, mich zu verurteilen. Wagen Sie es nicht. Das war ein schnelles Ableben. Der Sony eliminieren und Daten sicherstellen. Zivile Opfer sind unwichtig. Vassir ist tot. Ich übertrage die Daten zu den Computern der Normandy. Wir können in wenigen Stunden bei der Basis des Shadowbroker sein. Er wird schon bald von Vassir erfahren, wenn er beschließt, Farron zu töten. Wir holen Farron lebend da raus, Leara. Versprochen. Ich weiß. Sie sind hier, um zu helfen. Wie immer. Ist das etwa nichts Gutes? Bei unserem ersten Treffen auf Terum haben sie mich vor den Geth gerettet. Sie bekämpften einen kruganischen Kampfmeister, während ich in der Ecke kauerte. Und jetzt tun sie es wieder. Und ich verlasse mich noch immer auf ihre Hilfe. Dafür sind Freunde da, Leara. Ich kann uns mit Sekats Daten dorthin bringen. Das Tarnsystem der Normandy wird verhindern, dass sie uns entdecken. Die Agenten des Shadowbroker schießen sich immer noch durch ganz Illium. Mit etwas Glück merken sie erst, dass wir weg sind, wenn es zu spät ist. Es ist ziemlich kalt. Sie haben Unschuldige getötet. Sie wissen, was ich meine. Tue ich das? Als ich im Handelszentrum zu Boden ging, sind sie Vassir hinterher, ohne sich umzudrehen. Ich wusste, sowas bringt sie nicht um. Ich musste an Vassir dranbleiben. Ich musste rational bleiben und eine Entscheidung treffen. Wie bei Sekat. Es war Vassirs Schuld, nicht ihre. Sekat hatte keine Ahnung, wie hoch das Risiko war. Ich habe ihn gefährdet, um an die Daten zu kommen, die ich wollte. Ich bin schuld an seinem Tod. Und ich würde es wieder tun. Aber ab jetzt ist alles ganz einfach. Rein, Farron holen, raus. Und jeden umlegen, der uns aufhalten will. Ist das alles? Das ist alles. Halten Sie mal eine Sekunde die Luft an. Wir springen mehrere Lichtjahre. Wir haben Zeit zum Reden. Worüber? Sie sind seit meiner Rückkehr nicht mehr dieselbe, Liara. Was soll ich denn sagen? Dass ich um sie getrauert habe? Dass ich mich schuldig fühle, weil Farron gefangen genommen wurde? Ich habe Fehler gemacht. Ich habe Verluste erlitten. Ich habe bei ihrer Rückkehr geholfen und will dasselbe jetzt auch für Farron tun. Wir können reden, sobald er in Sicherheit ist. Bis dahin ist das Genießen der Aussicht eine Beleidigung für den Mann, der uns beide gerettet hat. Okay. Gehen wir. Leara ist völlig besessen davon, den Shadowbroker zu stellen und Farron da rauszuholen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, was davon ihr wirklich wichtiger ist. Also sie hat sich auf jeden Fall völlig verändert, das merken wir schon. Und ist auf jeden Fall ein ganzes Stück kälter geworden und berechnender, als sie es vorher war. Weiß ich nicht, ob man das jetzt gutheißen soll. Aber jetzt geht es auf zur Basis des Shadowbrokers. Wen nehmen wir denn da mit? Ich weiß es gar nicht. Wir nehmen mal... Ich glaube, der hat keine Schilde, oder? Ich weiß nicht, was es hier an Gegnern gab. Großartig. Wen nehme ich mit? Ich nehme mal... Komm, warum nicht? Wir nehmen mal... Ach, ich kann bloß einen mitnehmen. Ja, dann nehme ich Thane mit. Warum nicht? Passt schon. So, bei Thane gibt es nichts, was wir an Punkten jetzt ausgeben wollen eigentlich. Oder gebe ich das noch auf die Shredder-Munition? Ach komm, was soll es? Warum nicht? So, und Liara. Bei ihr gibt es einiges auszugeben. Siehste mal, deswegen war sie so nutzlos gerade. Weil sie einfach noch nicht weiter ausgeskillt wurde. Weiß ich gar nicht, warum man das machen kann. Verbesserte Singularität oder große Singularität? Hier auch wieder die Frage. Bei Liara lohnt es sich eigentlich gar nicht, die große zu machen. Deswegen nehmen wir die verbesserte Singularität. Den Warp. Den machen wir auch mal voll. So, und gehen auf den verbesserten... War da Schaden höher? Das war da Radius höher. Okay, dann nehmen wir den verbesserten Warp. Und die Stase können wir eigentlich auch mal machen. So, dann gehen wir noch ein bisschen hier drauf. Okay, da kann ich bloß noch einen Punkt drauf machen. Was soll's? Okay. Dann würde ich sagen, was hat Liara für Waffen? Lucas Falands ist okay. Los geht's. Tag, Lars. Tagsüber kochen die Ozeane und zehn Minuten nach Sonnenuntergang sind sie zugefroren. Da drin lebt der Shadow Broker. Sein Schiff folgt dem Sonnenuntergang. Im Sturm nicht aufzuspüren, außer man weiß, wo man suchen muss. Wie kommen wir rein? Die Shuttle-Bucht ist abgeriegelt. Wir müssen landen und nach einer Luke suchen. Aber wir können nicht lange draußen bleiben. Wo die heiße und die kalte Luft aufeinandertreffen, tobt ständig ein Gewitter. Es ist bei diesen Blitzen schwer zu sagen, aber ich empfange Signale von einem Kommunikationssystem im hinteren Teil des Schiffs. Da unten ist nichts außer Wartungsausrüstung. Wir müssen einen Eingang in der Nähe der hinteren Schilde finden. Und in dieser Atmosphäre, in dieser wunderschönen, sympathischen Atmosphäre, mache ich noch mal eine kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. Weiter geht's. Jetzt werden wir uns den Shadowbroker schnappen und ich würde sagen, wir beeilen uns mal, damit wir nicht allzu lange in diesem wunderschönen Wetterchen hier rumlaufen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier so an Gegnern abfangen. Auf jeden Fall sollten die jetzt nicht das Riesenproblem sein. Ähm, nur am Ende geht's halt gegen den Shadowbroker selbst. Warum greifen Sie an? Sie müssen denken, wir wären Trümmer von dem Sturm. Ein leichter Schuss. So, übrigens, finde ich, sieht Thane ziemlich cool aus mit deiner Maske. Und, okay, jetzt noch Zeug zum Sammeln, das ist schön. Und wenn es bloß die Drohnen sind, dann ist das jetzt auch nicht das Problem. Also, die können wir sogar mit einem einzelnen Wurf ausschalten. Allerdings sieht man, dass hier... Vorsicht, diese Kondensatoren entladen angestaute Blitze. Ja, ich wollte gerade sagen... Ich wollte gerade sagen, das sieht mir doch noch ein bisschen mehr als bloß ein paar Drohnen aus hier. Und genau so ist es auch. So. Das warst du die? Sympathisch. Macht doch Spaß so. Okay. Ich nehme mal an, wir müssen... Wo müssen wir lang? Nee, da kommen wir nicht drüber. Gehen wir doch einfach hier runter. Warum nicht einfach so? Ich glaube, hoch und runter ist völlig egal. Wir müssen bloß irgendwie nach vorne kommen. Okay. Okay. So. Hätten wir es dann. Sehr gut. Ah, das ist natürlich auch nicht getroffen. Super. Oh, toll. Danke. So. Kurz weggedreht, solange die Blendgranate noch unterwegs war. Die wollte ich nicht unbedingt ins Gewicht kriegen. Oh, stimmt. Den habe ich schon wieder vergessen, den Turm. Yara hat es auch ein bisschen mit weggespratzelt, aber das ist halt... Na ja, Berufsrisiko würde ich sagen, ne? Habe ich hilft ihm durch? Nein. Ach, hier, die Stabsteuerung. Oh. 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 Okay, meine Freunde. Und dann... Bratzelt schön. Bratzelt schön. Und dann bin ich auch ganz zufrieden damit. So. So. Darf ich jetzt mal kurz hier sammeln? Danke. Wir gehen dann mal hier einfach unten weiter lang. Ist das nicht eine herrliche Aussicht? In die Stürme hinein? Wunderschön. Gut. Halt man es mal nicht so lange damit auf. Ähm. Ach, hier geht's weiter. Okay. Halt man es nicht so lange damit auf, sondern... Oh, unten ist ja nichts zu sehen. Das geht schon. Sondern stoßen einfach mal sich schnell wie möglich weiter vor. Ah. Gucken wir mal die hier. Kämpft ihr mal von gegen die Agenten? So. Habe ich den abzulieren können? Wunderbar. So habe ich mir das vorgestellt. Dass der einen Abflug hinten macht, der kleine Mac. So. Ist halt der Vorteil, wenn man irgendwo kämpft, wo es ein bisschen eng ist und wo es weit nach unten geht. Man kann mit dem Werfen halt auch mal sich ganz leicht einen Gegner komplett ersparen. Wenn man es schafft, ihn runter zu kicken. So. Schnell ins Innere. Wow. Abgefuckt. Das ist echt abgefahren hier. Die Kondensatorplatten, äh, die Kondensatorplatten sind hin und her fahren. Die Kondensatoren. Cool. Aber ich will nicht wieder raus. Lass es doch drin bleiben, bitte. Das ist so bindig. Das ist schlecht für die Frisur. So, da sind wir wieder. Schon wieder ist mir das Spiel abgestürzt. Ich weiß nicht, was los ist, warum das so oft abstürzt in letzter Zeit. Schon das zweite Mal in dieser Session, ne? Auch wenn die ziemlich lang ist, aber trotzdem schon das zweite Mal, dass sie abgestürzt ist. Navigation ist in diesem Sturm kaum machbar. Wenn die Triebwerke des Schiffs nur einen Moment aufsetzen, wenigstens würde der Shadow Broker mit uns untergehen. Ja, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja. Dann hat er eine gute Schalldämpfung, wenn das so ist. Eine gute Schalldämpfung, nicht Dämpfung. So, weiter geht's. Jetzt sind wir wieder da, wo es mir vorne abgeschmiert ist und ich hoffe mal, diesmal wird es weiterlaufen. Das wäre zumindest sehr wünschenswert. Sieht aber ganz gut aus. Okay. Kommen denn noch Gegner oder darf ich jetzt durchmarschieren, ohne dass er mich belästigt? Okay, wir müssen noch mal ganz hoch berufen. Ich fand's da unten eigentlich ganz gut. Ich muss nicht unbedingt noch mal nach oben. Naja, was soll's. Wir haben ja keine Wahl. Wenigstens können wir ein paar Leute durch die Gegend schmeißen. Ist doch auch ganz nett. Zwischendurch wollen wir da ein bisschen Brathähnchen spielen. Wir sind unter Kontrolle. So. Ne, noch jemand. Ja, 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 ja. Scheiß auf Biotik. Wer interessiert schon Biotik? Wer hat schon Biotik? Sehr ehrlich mal. Gut, die ist weg. Braten wir mal wieder alle da hinten schön. So. Der ist weg. Oh, falsche Taste. Gut. Können wir vordringen. Schön. Oder habt ihr noch jemanden? Nee. Ich glaub, das sind bloß die Kondensator, die hier so in Kraft machen. Die schießen gar nicht. Okay. Haben wir jetzt genug Hürdenlaufs gemacht hier? Können wir dann jetzt weiter machen? Oh, blau. Tschüss. Bis bald. Oh, hat den gerade der Blitz mitgenommen? Ist ja mies. Der will wohl gleich gar nicht mehr aufstehen. So. Ist lustig. Gefällt mir. Könnte man öfter betreiben, lustig. So, deswegen ziehe ich auch immer bewusst so ein kleines bisschen nach unten gerade. Weil die dann halt einfach nach oben geschmissen werden und dann weggerissen werden. Funktioniert gut. Also, ich bin zufrieden. So. Noch jemand? Nein. Adieu. Blitz. Tatsächlich. Wenn man vom Schiff wegkommt, von der Schiffsoberfläche, dann ist es vorbei. So. Blöde Position hier, muss ich sagen. Blender im Einsatz. So, ja, ja, scheiß auf den Blender. So geht das, Mädchen. Und tot. Wie scheiße muss das eigentlich sein für eine Asari? Können ja tausende leben und sterben in so einem kleinen Feuergefecht mal so am Rande. Innerhalb von ein paar Sekunden. Aber sie haben es ja nicht anders gewollt. Wo muss ich denn hier... Warte mal. Muss ich hier weiter? Ach, tatsächlich. Hier oben geht es hoch. So, und dann können wir doch bestimmt mal wieder ein paar Verschiebungen hier erzeugen. Jawoll. Auf geht's. Über diese Schuppen oder was auch immer das darstellen soll aus Metall. Auf jeden Fall kommen wir dem Ziel schon ziemlich nahe. Davon ist es schon. Das heißt, allzu weit kann es jetzt eigentlich nicht mehr gehen. Dann schaffen wir es endlich ins Innere der Station. So, setzen wir mal wieder hier alles ein bisschen unter Strom. Okay, ich muss den Tag erstmal kriegen. Ah, Mist. Das war nicht der Richtige. Oh, komm schon, was? Okay. So, erstmal die Barriere weg und dann wieder ein bisschen gebraten. So muss das sein. Schön. Gute Kombination unserer Biotiken. So, den erstmal weggeschossen. Den auch. Da kann ich auch einfach mal ohne Deckung kämpfen. Wenn es gegen die geht. Wow. Tschüss. Einen guten Freiflug. Wenn es gegen die geht, kann man das auch mal so machen. Dieser Blitzableiter ist auf einer Schiene. Sehen Sie einen Schalter? Ey, was? Nee. Gerade nicht. Aber ich gucke gleich. Ist auch total naheliegend, dass hier der Schalter direkt in der Nähe ist. Achso, ich dachte gerade, du bist ein Feind. Mensch. Zieh dir doch was anderes an. Ah, da oben haben wir doch schon die Steuerung. So, dann schauen wir mal. Sesam öffnet dich. Ich hoffe mal, wir verursachen hier keine größeren Schäden am Schiff da durch. Dass wir hier ständig irgendwas einfahren und ausziehen. Nicht mal ein Geländer. Die Männer vom Broker patrouillieren sicher gern auf der Hülle. Wenigstens ist der Ausblick schön. Ausblick in den sicheren Tod. Aber wir haben es geschafft. Da ist endlich die Luke. Ausblickationssignalen.